Hallo liebe Spielefreunde, heute zeige ich euch Neuburg, das Spiel. Es hat den Untertitel, Ort Heinrich, Ruhm und Intrige. Wir tauchen heute ein in die Renaissance, in die Zeiten Ort Heinrichs, Pfalzgraf hier in Neuburg und, damit wir richtig eintauchen können, haben wir ein paar historische Gäste geladen. Die werden euch verzaubern, euch das Spiel nahe bringen, ohne dass ihr mühselig eine Regel lesen müsst, könnt ihr nach diesem Video gleich loslegen und die erste Partie Neuburg spielen. Ich wünsche euch viel Spaß. Jetzt sind die Gäste Ort Heinrichs anwesend und ich freue mich, euch willkommen zu heißen. Seid ihr bereit für die erste Runde Neuburg? Wir sind bereit. Dann beginnen wir doch damit, womit jedes Spiel beginnt. Wir suchen für euch eine Spielfigur aus, bevor wir euch erklären, worum es denn genau geht. Schaut mal, vor euch liegen fünf Spielerfarben. Da wir jetzt die Spielerfarben aussuchen, Milady, darf ich euch bitten, eure Spielfigur zu wählen. Sehr gerne. Ich würde mich für die Schwarz entscheiden. Das ist so eine Art Pfarrer. Alles klar. Dann nimmst du dir die drei Steine und deine Spielchips. Jetzt der edle Herr in der Mitte. Welche Farbe darf es sein? Ja, ich würde gerne blau nehmen. Das ist... Der adelige Berater. Der adelige Berater. Sehr gerne. Doch, so sieht er aus. Und jetzt der Herr zu linken. Ich entscheide mich für Rot. Alles klar. Die rote Spielfigur ist die Dame des Hauses. Jetzt haben wir bei den drei Spielern die drei Spielerfarben ausgewählt. Übrig bleiben zwei weitere Spielerfarben. Liebe Zuschauer, wenn drei Spieler mitspielen, entfernen wir jetzt alle weiteren Spielerfarben aus dem Spiel. Das heißt, grün und gelb spielen diese Runde nicht mit und ihr könnt sie in die Schachtel zurücklegen. Anhand der Spielerzahl entscheiden wir auch, welche Kartenfarben mitspielen. Wie ihr seht, gibt es fünf verschiedene Kartengruppen. Wir haben die Kartengruppe Reise, Feiern, Schlossbau, Finanzen und Kleidung. Pro Spieler entscheiden wir uns für eine Kartenfarbe. Wir wissen ja jetzt, wir spielen zu dritt. Die rote Dame spielt mit, der blaue Edelmann spielt mit und der Pfaffe spielt mit. Jetzt haben wir drei Spieler, also auch drei Farben. In dieser ersten Partie, die wir euch erklären, nehmen wir die Farbe Blau mit ins Spiel, nehmen wir die Farbe Beige mit ins Spiel, die Kleidung und wir nehmen die Farbe Rot mit ins Spiel, die Feier. Die anderen beiden Farben, Türkis und Orange, scheiden in unserer ersten Runde aus. Jetzt kommen wir zum Ablauf des Spiels. Schaut mal her, liebe Zuschauer, ihr seht das Spielbrett. Das Spielbrett beinhaltet mehrere wichtige Informationen, an denen wir jetzt unsere Spielsteine, unserer Farbe platzieren. Den ersten Spielstein legt ihr drei jetzt hier oben hin bei der Eins. Über die Eins auf das Schloss, weil dort werden eure Punkte gezählt. Wer nachher am meisten Punkte hat, gewinnt, Ort Heinrich, und gewinnt das Spiel. Der zweite Stein legen wir hier unten vor dieser Ablage. Dort entscheiden wir, in welchem Bereich wir heute Ort Heinrich beraten wollen. Das machen wir gleich abhängig von unseren Karten. Der dritte Stein und letzte, den ihr vor euch habt, kommt hier oben zu den Zahlen 1 bis 5. Ihr legt ihn erstmal dort drüber. Das ist der Bereich, welcher Spieler ist zuerst dran. Und da der Spieler, der als letztes in Neuburg war, der erste Spieler ist, können wir das heute schwer auslosen, weil wir sind gerade in Neuburg. Deswegen machen wir es willkürlich und fangen mit der Dame in Rot an, gehen mit dem Herrn in Blau weiter. Und die echte Dame, die heute den Pfaffen spielt, ist der dritte Spieler. Damit haben wir für jetzt eine Spielereihenfolge von 1 bis 3. Wir haben die Marker auf dem Schloss, die nachher die Punkte zählen. Und wir haben die drei Steine hier liegen, die gleich sich mit der Beratung beschäftigen. Wir beschäftigen uns mit den Karten. Jeder Spieler erhält 9 Karten. Und wir waren etwas voreilig und haben sie schon verteilt. Du bekommst 9 Karten. Die sortiert ihr jetzt anhand der Farben und Zahlen für euch auf der Hand. 9 Karten hat jetzt jeder Spieler und wie ihr seht, wird fleißig sortiert. Während unsere Spieler noch sortieren, zeige ich euch die Spielkarten. Ihr seht, wir spielen ja mit drei Farben. Das haben wir vorhin ausgemacht. Rot, Blau und Beige. Diese Karten gibt es im Minusbereich bis positiven Bereich. Und diese Karten sind jetzt auf der Hand 9 Mal verteilt. Hier das Spiel erhält von mir noch, diese findet ihr in der Schachtel, eine Rundenablaufkarte, damit er gleich genau weiß, was an welcher Stelle dran ist. Eine behalten wir hier für uns, um gleich nochmal nachschauen zu können, wie es funktioniert. Ihr seht auf Punkt 1, wir legen die Spielereihenfolge fest. Das haben wir bereits getan. Jetzt fangen wir mit unseren Karten an. Und wir steigen ein in Neuburg, Home und Intrige mit dem offenen Angebot. Ott Heinrich ist in seinem Schloss und lässt es sich gut gehen. Und seine Berater gehen durch die Gegend und erzählen und lenken sich tolle Strategien aus und Sachen, wie sie ihn beraten können. Und damit fangen wir an. Wir haben eine Spielereihenfolge festgelegt. Der rote Spieler beginnt und legt eine offene Zahlenkarte vor sich ab. Die erste gespielte Karte ist die blaue 3. Als nächster Spieler ist der blaue Spieler dran. Der blaue Spieler spielt seine offene Karte, sein offenes Angebot. Der blaue Spieler entscheidet sich für Feste und Feiern und legt die rote 4, wie ihr seht, mit einem schönen Fasanen da drauf. Als dritter Spieler und letzter in der Reihenfolge ist der schwarze Spieler dran. Der schwarze Spieler spielt... Ich entscheide mich für die Kleidung. Ja, er entscheidet sich für die Kleidung. Der schwarze Spieler spielt die gelbe 4 und damit haben wir alle drei Farben einmal gespielt. Jetzt gehen wir zurück und schauen uns die Spielereihrunden Reihenfolge an. Wir waren jetzt beim offenen Angebot und wir gehen jetzt zum verdeckten Angebot. In Spielereihenfolge beginnen wir wieder und legen zwei verdeckte Karten. Hört genau zu, diese dürfen nicht größer sein als der Wert der erstgelegten Karte. Beginnen wir beim roten Spieler. Der rote Spieler hatte vorhin die blaue 3 gespielt. Der rote Spieler legt zwei verdeckte Karten. Wir lunzen einmal. Keiner weiß es. Wie ihr seht, hat der rote Spieler keine Karte gespielt, die über dem Wert 3 ist. Gleich darf die Karte sein. Eine 4 oder 5 hätte er nicht spielen dürfen. Jetzt ist als zweiter Spieler dran mit den verdeckten Karten der blaue Spieler. Er legt zwei verdeckte Karten. Die zwei verdeckten Karten lunzen wir auch einmal. Keiner darf es sehen und wie ihr seht, haben wir keine Karte, die größer als 4 ist, sondern er hat zwei andere Karten gespielt. Dankeschön. Jetzt kommen wir zum dritten Spieler in der Reihenfolge, der sein verdecktes Angebot macht. Ich hab's in die Welt. Zwei Karten und wir lunzen kurz und wie ihr seht, wird es spannend und die Karten passen auch vom Wert und sind nicht über dem Wert 4, die durch die erstgelegte Karte definiert wurde. Wir kommen zur nächsten Spielerphase. Wie ihr wisst, haben wir jetzt das verdeckte Angebot abgeschlossen und wie ihr darunter seht, bei 3.1, die Erweiterung Aufträge, spielen wir in der ersten Testrunde noch nicht. Jetzt kommen wir hier zur Audienz und die ist wohl das Wichtigste an dem Spiel Neuburg, weil wir stehen vor Ort Heinrichs Tür und wollen eingelassen werden und wild mit ihm über wichtige Themen sprechen. Aber wer nun durch die Tür darf, das entscheidet sich jetzt. Wir beginnen auch hier bei dem Startspieler. Das ist der rote Spieler. Der rote Spieler darf sich entscheiden, in welchen der drei Farbbereiche er Ort Heinrich berät. Diese Farbe, die er wählt, muss unter seinen drei Karten liegen, entweder unter den verdeckten oder der offenen. Er darf beige nicht wählen, wenn dort keine beige Farbe liegt. Also gehen wir davon aus, und wir wissen es ja auch schon, hier wird eine beige Karte liegen. Als nächster Spieler ist der blaue Spieler an der Reihe. Der blaue Spieler entscheidet sich jetzt, in welcher Farbe er berät. Bisher hatte er die rote Vier gelegt. In welcher Farbe möchtest du beraten? Ich möchte in der Farbe Rot beraten. Der blaue Spieler nimmt seinen Spielstein und möchte Ort Heinrich in der Farbe Rot beraten. Als letzter Spieler ist der schwarze Spieler dran, der Pfaffe. Der Pfaffe hat bisher die gelbe Vier gelegt und berät Ort Heinrich. Auch in Sachen Kleidung. Jetzt haben wir ein Stechen. Und zwar sind zwei Spieler im Bereich Kleidung. Keiner ist im Bereich Reise, obwohl hier schon die blaue 3 lag. Und ein Spieler berät Ort Heinrich heute in Feier und Festen. Wir sind bei der Audienz. Ihr erinnert euch, wir entscheiden, wer auf welche Farbe spielt. Und wer Ort Heinrich beraten darf. Um das nun zu tun, schauen wir in die Audienz. Wir sehen, der blaue Spieler berät alleine in Feiern und Festen. Deswegen darf er auf die Krone gestellt werden und ist heute der Berater. Beim roten und beim schwarzen Spieler haben wir ein Stechen. Um dieses zu ermitteln, decken jetzt alle Spieler ihre verdeckten Karten auf. Also auch ich. Auch du. Alle Spieler decken die verdeckten Karten auf. Schauen tun wir aber jetzt beim roten Spieler. Er möchte in Kleidung beraten und hat den Wert 4. Der schwarze Spieler hat den Wert 4, 6. Damit gewinnt der schwarze Spieler das Rennen und wird der Berater. Der rote Spieler scheidet für diese Runde aus der Beratung aus. In der ersten Runde spielen wir ohne die Ruhm- und Intrige Phase 5. Das machen wir gleich in der zweiten Runde. Das heißt, wir springen gleich weiter zur Wertung 6. Damit beginnen wir beim Startspieler. Der Startspieler rot kriegt diese Runde 0 Punkte, weil er ist in keiner Wertung enthalten und bleibt dort stehen. Dann gehen wir zum zweiten Spieler. Der blaue Spieler, 2. Platz, ist in der Wertung bei rot. Und jetzt wird es interessant. Bei einer Wertung zählen alle Karten, die gelegt wurden. Wir haben aber hier keine roten Punkte, dort keine roten Punkte, nur hier. Ärgerlicherweise hat der blaue Spieler sich selber einen Minuspunkt reingelegt. Das heißt, aus seinen vier Punkten werden drei. Aber freu dich, du hast drei Punkte gemacht. Wir nehmen also den blauen Spieler und setzen ihn auf die Punktzahl 3. Dann werten wir den schwarzen Spieler. Jetzt wird es interessant. Der schwarze Spieler ist in der Wertung beige alleine und der schwarze Spieler kann sich freuen, weil wir zählen Punkte. Der schwarze Spieler denkt, er hat sechs Punkte, aber weit gefehlt. Der schwarze Spieler hat vier, sechs, fünf, sieben, acht, neun Punkte. Der schwarze Spieler hat neun Punkte und kann sich freuen. Die Wertung haben wir für diese Runde abgeschlossen. Jetzt kommen wir zur Phase 7. Nach der ersten und zweiten Runde, und da sind wir gerade, erhält man noch mal drei Karten nach. Wir haben sie schon hingelegt. Jeder Spieler darf sich drei Karten auf die Hand ziehen und sie bei sich einsortieren. Wir beginnen in der zweiten Runde mit der Phase Spielereihenfolge. Und schaut her, sie wird sich ändern. Und zwar wird die Spielereihenfolge anhand der Siegpunkte vergeben. Das bedeutet, der erste Spieler wird der schwarze Spieler, der zweite Spieler bleibt der blaue Spieler und der rote Spieler kommt auf Platz 3 und ist damit im Moment der letzte Spieler. Wichtig, wenn zwei Spieler auf einem Punktewert stehen, ist der untere Spieler, der stärkere Spieler, in dem Fall würde die Reihenfolge gleich bleiben. Blau auf 2 und rot auf 3. Weil es ein Nachteil ist, dass sich der erste Spieler... Genau, weil du dich zuerst für eine Farbe entscheiden musst. Und weil du dich zuerst für eine Farbe entscheiden musst, können die anderen Spieler besser reagieren. Deine neun Punkte von eben bringen dir einen Spielvorteil, aber jetzt einen kleinen nach. Liebe Spieler, wir haben jetzt die Spielereihenfolge festgelegt und kommen zum offenen Angebot. Aber bevor wir beginnen, habe ich vorhin schon angekündigt, wir spielen die zweite Runde mit der Ruhm- und Intrige-Phase. Und damit man das einschätzen kann, erkläre ich kurz die Chips. Seid ihr so nett und deckt mal eure Chips auf. Jeder hat drei Chips. Einen Intrige-Chip mit einem Dolch in der passenden Farbe mit der Farblinie in der Mitte, damit man die Chips auseinanderhalten kann. Auf der Rückseite sind die Chips ja auch gekennzeichnet. Und jeder Spieler hat zwei Ruhm-Chips. Damit möchte ich bei mir oder bei anderen Spielern mit profitieren. Jede Runde spiele ich einen dieser Chips. Meine Ruhm-Chips erhalte ich immer wieder zurück. Der Intrige-Chips ist nur einmal spielbar. Welchen Chip ich davon spiele, entscheide ich in der passenden Phase 5 spontan in der Spielereihenfolge. Der Ruhm-Chip dient dafür, um Punkte mitzubekommen, wenn ein Spieler vermutlich diese Runde überragend gewinnt. Spiele ich den Dreier-Chip, kann ich auch minus einen Punkt erhalten, sollte er nicht gewinnen. Spiele ich den Einer-Chip, gehe ich wenig Risiko ein, kriege aber auch nur einen Punkt, sollte der Spieler diese Runde am meisten Punkte machen. Wie ihr seht, negiert der Intrige-Chip eine der beiden verdeckt gelegten Karten und entfernt sie aus dem Spiel. Das entscheide ich dann, wenn der Chip aufgedeckt wird und lege dann diesen Spiele-Chip Intrige auch in die Schachtel zurück. Diese Sache ist deswegen wichtig, weil ich kann auch Spieler versuchen, zu schwächen, indem ich eine ihrer Karten rausnehme, um das Rennen zu gewinnen, oder eine negative Karte zu entfernen, die mir schadet. Dafür ist der Intrige-Chip interessant. Die Ruhm-Chips sind interessant, indem ich direkt Punkte mache und von den anderen Spielern oder mir selber, wenn ich denke, ich habe das stärkste Blatt, zu profitieren. Jetzt decken wir die Chips um, weil wenn ihr nachher spielt, wollt ihr ja nicht, dass die anderen sehen, welchen Chip ihr spielt. Wir kommen jetzt in der zweiten Runde zum offenen Angebot. Wir haben einen neuen Startspieler, legt eine offene Karte hin. Der schwarze Spieler beginnt mit der blauen Eins. Als nächster Spieler ist der blaue Spieler dran und legt eine offene Karte hin. Der blaue Spieler entscheidet sich für die rote Eins. Es wird keine große Runde, weil die nächsten Karten müssen ja gleich oder niedriger sein. Und der letzte rote Spieler entscheidet sich für eine blaue Fünf. Jetzt wird ein spannendes Rennen losgetreten. Wir kommen zur nächsten Phase. Das ist das verdeckte Angebot. Beginnend beim schwarzen Spieler, der zwei verdeckte Karten spielt. Der schwarze Spieler hat sein verdecktes Angebot gemacht. Jetzt ist der blaue Spieler dran und macht sein verdecktes Angebot. Der blaue Spieler hat sein verdecktes Angebot gemacht. Diesmal lunzen wir nicht. Der rote Spieler ist dran und macht sein verdecktes Angebot. Alle drei Spieler haben ihr verdecktes Angebot gemacht. Wir kommen zur Phase Audienz. Wir nehmen aus der letzten Runde die Figuren zurück und beginnen diesmal beim schwarzen Spieler, der zuerst entscheidet, in welchem Bereich er hat Heinrich beraten möchte. Ich nehme den Bereich Reise, Kleidung oder Fest und Feiern. Der schwarze Spieler möchte im Bereich Kleidung beige beraten. Jetzt kommt der blaue Spieler und entscheidet, in welchem Bereich er beraten möchte. Hier ist dein Spielstein. Ich berate ebenso im Bereich Bekleidung. Ah, da gibt es schon wieder ein Stechen. Und der rote Spieler, unser letzter, beginnt und berät in? Reise. In Reise. Man dachte es schon, da liegt die blaue Fülle. Also gehen wir zur Ruhm- und Intrige-Phase über. Jetzt entscheidet jeder Spieler, welchen Ruhm- oder Intrige-Chip er nimmt, vor sich oder einen anderen Spieler legt. Das könnt ihr querbeet machen. Normalerweise in der Spielereihenfolge der schwarze hat gespielt, der blaue hat gespielt und der rote hat gespielt. So, alle Ruhm- und Intrige-Chips sind gespielt. Wir kommen jetzt zur Wertung. Die Ruhm- und Intrige-Phase ist abgeschlossen und um die Wertung ausführen zu können, decken wir erstmal die Ruhm- und Intrige-Chips auf und schauen nach, ob ein Dolch dort liegt. Da keiner gelegt wurde, wird auch keine Karte vernichtet. Deswegen können wir jetzt alle Karten aufdecken. Nun schauen wir, wer in die Wertung kommt. Und wir sehen, der rote Spieler ist alleine im Bereich Reise und kommt oben in die Audienz und damit in die Wertung. Der blaue und der schwarze Spieler beigen sich um Bekleidung. Jetzt schauen wir, wer das Rennen gewinnt. Wir haben hier den blauen Spieler, der hat minus fünf Punkte gelegt. Und wir haben hier den schwarzen Spieler, der hat minus einen Punkt gelegt. Damit gewinnt das Rennen der schwarze Spieler, weil er hat den weniger negativen Wert. Der blaue Spieler scheidet aus. Da hat sich der schwarze Spieler vielleicht ins eigene Fleisch geschagen. Aber jetzt schauen wir, was rauskommt. Wir sind in der Wertung und prüfen die Spieler in der Reihenfolge. Der schwarze Spieler ist der Erste, der gewertet wird. Der schwarze Spieler gewinnt die Wertung in Bekleidung. Und er kriegt minus eins, minus fünf sind minus sechs. Das heißt, wir ziehen sechs Punkte von den schönen neun ab und landen auf der drei. Und da er nachträglich draufkommt, wird er auf den blauen Spieler draufgestellt, wegen der Spielerreihenfolgefrage. Als nächstes kommt der blaue Spieler in die Wertung. Und wie wir sehen, passiert beim blauen nichts. Der ist nämlich raus aus der Wertung. Und der rote Spieler kommt in die blaue Wertung. Und der rote Spieler macht einen gigantischen Schritt mit drei, sechs, elf, minus zwei ist neun, minus zwei ist sieben, plus eins ist acht. Das heißt, der rote Spieler geht auf acht Punkte nach vorne. Als letztes in der Wertung werten wir die Ruhm- und Intrigeschips. Dieser Chip, der blaue Spieler, hat gesagt, unser schwarzer Spieler gewinnt diese Runde, dieses Spiel. Aber leider hat er Minuspunkte gemacht und der schwarze Spieler hat nicht gewonnen. Damit geht der blaue Chip zurück. Es gibt auch keinen Minuspunkt, weil es war der 0-1er. Gewonnen hat eindeutig mit acht Punkten der rote Spieler. Herzlichen Glückwunsch! Der rote Spieler hat vor sich zwei Ruhm-Chips liegen. Und beide mit Risiko, aber beide haben richtig getippt. Der rote Spieler kriegt drei Punkte, weil er richtig getippt hat. Und der schwarze Spieler kriegt drei Punkte. Damit gehen die Chips wieder zurück. Ihr habt euch richtig entschieden. Wichtige Regel. Bei einem Unentschieden solltest du jetzt fünf Punkte gemacht haben, ein anderer Spieler auch. Zählt es auch nicht als gewonnen, dann gibt es überhaupt keinen Gewinner. Also muss man beim Unentschieden aufpassen und dann lieber den Einser-Chip von Ruhm und den Triegel legen und nicht den Dreier, der auch Minuspunkte geben kann. Wir kommen zur Runde sieben. Es gibt gleich neue Karten. Und dann legen wir die Spielerreihenfolge fest. Das machen wir mal schnell, weil es hat sich ja hier etwas verändert. Rot kommt auf Platz 1, Schwarz auf 2 und Blau auf 3. Wir kriegen neue Karten. Wir steigen in die dritte Runde ein, spielen dann noch so lange immer drei Karten ab, bis alle Karten abgeworfen sind. Und gewonnen hat der Spieler, der am Ende am meisten Punkte hat. Die drei freuen sich schon auf die nächste Runde. Und ich sage danke fürs Zuhören und Zuschauen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt kurz. Die Auftragsschips sind nochmal in der Regel genau erklärt. Ihr könnt es auch noch komplizierter haben. Das ist das Grundspiel Neuburg, Ort Heinrich, Ruhm und Intrige. Und ich sage danke fürs Mitspielen. Das ist das Grundspiel Neuburg.